Der exotische Onkel Als ich noch im Flügelkleide zur Mädchenschule ging, da war ich schon mit 13 Jahren ein ganz verliebtes Ding. Volkslied Und unser Zuckertöpfchen wird sicher wieder zu seinem Rübenacker zurückfahren, kicherte Isabella und fädelte einen rosa Seidenfaden in ihre Sticknadel. Die Elevinen der höheren Töchterschule von Magdeburg saßen an einem kühlen Märznachmittag zusammen im Salon des vornehmen Mädchenpensionats und schmiedeten Pläne für die freien Osterfeiertage. Dottie wusste nicht, was sie mehr verabscheute, die Schule oder die Ferien. Zum Glück war es ihr letztes Jahr, das sie in dem Pensionat verbringen und in dem sie die beständigen Sticheleien ihrer Mitschülerinnen ertragen musste. Vor allem die unrühmlichen Versuche ihres Vaters, selbst Zucker herzustellen, waren für die jungen Damen eine nicht enden wollende Quelle von Anspielungen. Giftig gab sie zurück. Wir haben vor Jahren Zucker für das Vaterland hergestellt, Isabella. Zu Zeiten, in denen dein Herr Papa sich seinen vaterländischen Pflichten durch eine als archäologische Expedition bezeichnete Lustreise entzog. Immerhin hat er unserem König eine wertvolle Sammlung für das neue Museum in Berlin übergeben. Verdienstvoller wirst du zugeben, als klebrigen Zucker zu sieden. Naserümpfend betrachtete Dottie die Sprecherin. So verdienstvoll, dass du sonntags immer noch im Kleid vom Vorjahr zur Kirche gehst. Nach dieser vernichtenden Replik legte sie ihre Stickerei zusammen und packte sie in ihren Handarbeitskorb. Es war kurz nach fünf und sie hatte eine wichtigere Beschäftigung, als sich mit den Lästerzungen herumzuärgern. Ich habe Kopfweh und gehe auf mein Zimmer, verkündete sie im Aufstehen und Rausstehen aus. Die Tuscherei würde jetzt erst recht losgehen, darüber bestand natürlich kein Zweifel. Aber das war ihr in Anbetracht der erwarteten Genüsse gleichgültig. Sie warf sich ihren blunkelen Umhang über und zog die Kapuze tief in die Stirn. Herbert erwartete sie schon unten am Dienstboteneingang. Er war ein 18-jähriger Küchengehilfe und geradezu besessen verliebt in die goldhaarige Baroness. Es wertete ihn in den Kreisen seiner Freunde ungeheuer auf, dass er eine heimliche Affäre mit der adeligen Schülerin hatte, auch wenn man ihn vor den Gefahren warnte. Mit einer heftigen Umarmung begrüßte er Dottie, doch die stieß ihn energisch fort. Nicht hier, Herbert! Wer weiß, wie aus dem Zimmer links. Ich habe nur eine Stunde Zeit, dann muss ich zum Essen. Dann lass uns in den Schuppen gehen. Sie fand nichts Ehrenrühriges dabei, dem gut gebauten Jüngling zu folgen, der ihnen beiden in dem Holzschuppen am Ende des parkähnlichen Gartens ein Liebesnest gebaut hatte. Das Mädchenpensionat wurde von der verwitweten Besitzerin einer herrschaftlichen Villa geführt, die ihren Unterhalt und den Erhalt des Gebäudes mit der Unterbringung begüteter Schülerinnen aus dem Umland verdiente. Von der Nutzung angegliederter Baulichkeiten durch ihre Schützlinge ahnte sie nichts. Dottie, ach Dottie, stöhnte Herbert begeistert, als er die Knöpfe des hochgeschlossenen Wollkleides aufnestelte. Dorothea war zu einer vollbusigen jungen Frau herangewachsen. Ihre Hüften rundeten sich mollig, ihre weißen Arme rießen an den Ellbogen köstliche Grübchen auf, und zu gerne hätte Herbert gewusst, ob auch ihre Beine so weich und rundlich waren. Aber sie wusste dank Tante Laurens schwülstigen Geschichten sehr genau, wo Grenzen gezogen werden mussten. Und aus eigener tätiger Erfahrung war ihr auch die Macht der Verweigerung gut bekannt. Es brachte ihr einen weit größeren Genuss ein als die brennenden Küsse und die gewagten Fummeleien des Küchenjungen. Nämlich eine zusätzliche Portion Schokoladenpudding, die er für sie abgezweigt hatte. Die Pensionsleiterin hielt nicht viel von süßen Leckereien. Sie wurden ihrem Damen nur in bescheidenen Mengen bei den gemeinsamen Mahlzeiten kredenzt. Wenigstens das würde auf Rosian anders, dachte Dottie, als sie sich spätabends die Finger ableckte und die Schüssel unter dem Bett versteckte. Am Morgen würde sie sie unauffällig zwischen das Küchengeschirr schmuggeln. Andererseits erwartete sie auf dem Gut ihre beständig unzufriedene Mutter, die unbedingt erfahren wollte, mit wem sie Freundschaft geschlossen hatte, welchen gesellschaftlichen Status die jungen Damen besaßen, welchen Rang ihre Väter einnahmen und vor allem, wer heiratsfähige Brüder oder Vättern hatte. Dottie hatte keine Freundinnen. Sie hatte sich auch nie besonders darum bemüht. Die Mädchen, Töchter von Landjunkern und höheren Beamten hielten sie für hochnäsig und selbstsüchtig. Da Dottie bis zu ihrem 13. Lebensjahr auf dem Gut aufgewachsen und nur selten mit Gleichaltrigen zusammengekommen war, mangelte es ihr an der Fähigkeit, sich einer Gruppe anzupassen. Dazu waren auch die dünkelhaften Ansichten der Baroness über ihren Adelsstand nicht ohne Auswirkung geblieben. Sie gab sich freundlich höhergestellten Gegenüber, denjenigen niederer oder gar bürgerlicher Herkunft begegnete sie mit leichter Herablassung. Ausnahmen galten hier nur für gewisse Mitglieder des Küchenpersonals. Als sie aber in der Vorosterwoche zu Hause eintraf, wurde sie angenehm überrascht. Es war Besuch gekommen, der für erfreuliche Ablenkung sorgte. Ihr Onkel Lothar war nach mehreren Jahren des Herumreisens eingetroffen, um seine Angelegenheiten zu regeln. Was immer das bedeuten mochte. »Hübsch bist du geworden, Dottie«, begrüßte er sie. »Danke, Onkel Lothar. Auch Sie sehen gut aus. Sie kommen aus einem sonnigen Klima.« Unübersehbar gebräunt, die nachlässig frisierten Haare von der Sonne gebleicht, um die Augenfältchen, die auf das Zusammenkneifen im hellen Licht schließen ließen, und ansonsten von magerer, zäher Gestalt, machte er den angenehm aufregenden Eindruck eines Abenteurers. »Aus Afrika im weitesten Sinne. Den Winter habe ich in Marokko verbracht.« »Sie werden uns sicher farbenprächtige Berichte liefern können. Ich höre so gerne von fremden Ländern.« Dottie hatte Konversationen gelernt und verband diese Fähigkeit mit einem Wimpernflattern, was ihrem Onkel zum Lachen brachte. »Du brauchst mich nicht mit Koketterie dazu zu überreden, Nichtchen. Ich neige dazu, meine Zuhörerschaft, die Ohren vom Kopf zu reden, wenn ich erst einmal anfange.« So war es denn auch. Und wenn Dottie sich auch Mühe gab, den Erzählungen vom Gold- und Edelsteinschirfen, den fremden Sitten der Eingeborenen, den unheimlichen Königskräbern in der Wüste, den gewaltigen Tierherden in den Steppen zu lauschen, so langweilten sie diese Geschichten doch schnell. Tante Laurens zu Herzen gehende Tragödien sprachen sie mehr an, und schon vier Tage später suchte sie die Scheune auf, die die alte Zuckerfabrik wag, um sich aus der Truhe mit neuem Material zu versorgen. Sie hatte es sich auf dem offenen Heuboden gemütlich gemacht, von dem das Hebezeug für die Fässer hing, und vertiefte sich in ein bisher ungelesenes Heft. Auf diese Weise wurde sie Zeuge wie ihr Bruder Maximilian, jetzt ein schlagsäger 15-Jähriger, der begann, seinem Onkel ähnlich zu sehen, mit diesem die Scheune betrat. »Ich weiß, dass Sie hier gelagert sind, Onkel Lothar, und ich muss Ihnen gestehen, die Neugier hat uns getrieben, sie zu öffnen.« »Das war nicht klug, mein Junge. Sie enthalten zwar keine wertvollen Schätze, aber mancherlei gefährliche Dinge.« »Bitte verzeihen Sie, aber wir haben nichts zerstört oder entfernt.« Dotti hörte ihren Onkel lachen. »Gott, ja. Ich an deiner Stelle hätte wahrscheinlich genauso gehandelt. Missbegier ist eine gute Eigenschaft.« »Ist es das? Nicht jeder findet das.« »So bitte, Maximilian, hast du einen Dämpfer bekommen? Mein Leben besteht nur aus Dämpfern.« Dotti schaute vorsichtig über den Rand des Bodens und sah ihren Onkel, der auf einer seiner Kisten Platz genommen hatte und ihren Bruder mit einer Handbewegung einlud, sich zu ihm zu setzen. »Du könntest mir davon erzählen, Max. Vielleicht kann ich helfen.« »Ich weiß nicht. Sehen Sie, Vater möchte, dass ich später Rosian übernehme. Aber er steckt mich in diese langweilige Knabenschule, wo nichts als griechische Philosophen und römische Dichter gepaupt werden. Ja, ein bisschen Mathematik ist auch dabei und ein vertrottelter alter Apotheker spielt uns den Alchemisten vor. Was nützt mir das, wenn ich ein Gut bewirtschaften soll?« »Eine gute Allgemeinbildung ist immer nützlich. Sie verbindet die Menschen miteinander. Aber ich gebe dir recht. Es genügt den wohlhabenden Müßiggängern. Wer mehr erreichen will in seinem Leben, braucht auch mehr Bildung. Was schwebt dir vor?« »Ich finde die Landwirtschaft schon interessant, Onkel Lothar. Ich habe mich oft mit dem Siedermeister getroffen. Es gibt da so viele Fragen, auf die ich Antwort finden möchte. Zum Beispiel die Runkelrüben. Sie verarbeiten sie hier noch immer. Nicht zu Zucker, sondern zu Brandwein. Scheußliches Zeug übrigens. Kann ich mir denken,« schnaubt es sein Onkel. »Ja, aber die Rüben. Also, die sind ganz unterschiedlich, je nachdem, auf welchem Feld sie angebaut wurden. Manche sind zum Beispiel süßer als die anderen. Ich würde gerne wissen, was die Ursache ist. Der Boden vielleicht, die Lage, ob sonnig oder schattig, was im Vorjahr dort gepflanzt wurde oder die Behandlung der Samen. Wenn man solche Sachen wüsste, könnte man ganz gezielt besonders zuckerhaltige Rüben anbauen. Und entsprechend züchten. Vollkommen richtig, Max. »Das ist ein Wissen, das ein Landwirt braucht.« »Mein Vater sagt, dazu hat man seinen Verwalter.« »Quatsch.« Maximilian kicherte plötzlich. »Ja, nicht? Vor allem, wenn der seine Hauptaufgabe darin sieht, die Pächte auszuquetschen. Sieht er?« »Ich verstehe nicht viel davon, aber ich höre zu.« »Noch eine gute Eigenschaft.« »Maximilian, es gibt Institute, die sich mit derartigen Fragen befassen. Ich werde mich mal erkundigen, wo man dir ein solides naturkundliches Wissen vermitteln kann. Ich kenne einige Leute.« »Oh, hoffentlich in Marrakesch oder Kairo.« »Pfff. Du willst doch hier dein Land bebauen, oder?« »War ja nur ein Scherz.« »Ich weiß. Lern Französisch, Junge. Ich glaube, da gibt es Möglichkeiten.« »Sie meinen das wirklich ernst?« »Ja, ich meine es ernst.« »So, und nun will ich mal schauen, was für eine Unordnung ihr in meiner Sammlung angerichtet habt.« »Wie habt ihr die Schlösser eigentlich aufbekommen?« Dottie auf ihrem Lauschposten zuckte zusammen, aber ihr Bruder verriet den Einsatz der Häkelnadel nicht, sondern murmelte nur so etwas wie, »Ach, die sind doch sehr einfach.« Sie hoben den Deckel der Truhe, auf der sie gesessen hatten, und ihr Onkel gab einen Seufzer von sich. »Gut, dass du tatsächlich nichts davon angerührt hast. Hier, diese Flaschen enthalten einige recht gefährliche Substanzen.« »Muskatnuss ist doch nicht gefährlich, oder? Sie wird zum Würzen gebraucht, zumindest von unserer Köchin.« »Eine Prise davon ist harmlos, aber der Verzehr von nur einer Nuss führt zum Tode.« »Diese Samen vom Barbayo-Baum verwenden die Eingeborenen, um damit ihre Peilspitzen zu vergiften.« »Das hier sind Iboga-Wurzeln, die teuflische Halluziationen auslösen. Und die Samen des Wunderbaums sind schlichtweg tödlich. Obwohl aus ihnen auch das dir bekannte Rizinusöl hergestellt werden kann.« »Bah!« »Gelegentlich notwendig.« »Das hier sind Samen des Affenbrotbaums, weil die Affen die Früchte lieben. Das ist Brechnuss, das ein getrockenter Skorpion.« Kurz und gut, ein ganzer Giftschrank. Während die beiden unten nun die einzelnen Fundstücke betrachteten, zog Dottie sich wieder in die Welt der edlen Ritter und schmachtenden Burgfräulein zurück und wurde erst daraus gerissen, als sich Hufschlag näherte. Ihr Vater stapfte ebenfalls in die Scheune und rief aus. »Darf dich es mir doch. Maximilian, nach Hause. Deine Mutter hat Besuch und erwartet dich und Dorothea.« »Ja, Herr Vater.« Besuch, bei dem sie und ihr Bruder anwesend zu sein hatten, hasste Dottie ganz besonders. Also verhielt sie sich Mucksmäuschen still, um nicht entdeckt zu werden. »Na, Lothar, noch alles vorhanden von einem Krempel? Sieht ganz so aus. Ich werde es von hier entfernen, Briesnitz. Es war ungeschickt, die Sachen in Griffweite von Kindern zu lagern. Daran hättest du früher denken sollen. Ist etwas Wertvolles abhandengekommen? Ich habe noch nicht alles durchgesehen.« Ziemlich spöttisch fragte der Baron nach. »Ist überhaupt etwas von Wert darunter?« »Von wissenschaftlichem Wert. Die Diamanten habe ich natürlich bei einer Bank deponiert.« »Natürlich, Diamanten. Was sonst?« »Von den Opalen habe ich nur einige ganz besonders schöne Stücke behalten. Der Rest beschert mir ein recht anständiges Leben, Briesnitz. Ein paar Verpflichtungen habe ich hier noch und wenn die abgegolfen sind, gehe ich wieder auf Reisen.« Ihr Vater stellte Dottie fest, war sprachlos. Dann aber fing er sich und fragte, »Du hast tatsächlich ein Vermögen gemacht?« »Tatsächlich.« »Sag mal, was ist eigentlich aus der hübschen Zuckerbäckerin geworden, der Birte?« »Birte?« »Himmel, Lothar, ich kann mir doch nicht den Namen jedes Dienstmädchens merken. Frag deine Schwester, die ist für das Personal zuständig.« Dottie spitzte die Ohren. Wieso interessierte sich ihr Onkel für ein Küchenmädchen? Sie ahnte, wen er meinte, denn als sie vor Jahren einmal die Massos in Mecklenburg besuchten, hatte sie schon immer ein offenes Ohr für jeden Dienstbotenklatsch gehört, Lady Henrietta habe jene Birte übernommen. Es war damals gemunkelt worden, die Baronin habe sie rausgeworfen, weil sie schwanger war. Und das war wohl richtig, denn dieses widerliche Balgamara hatte sie beim Naschen erwischt. Ob sich dahinter ein Skandal verbarg? Sie würde etwas tiefer nachforschen müssen. Aber erst hatte sie noch etwas anderes vor. Die beiden Männer verließen nämlich die Scheune und Onkel Lothar hatte vergessen, die als Giftschrank bezeichnete Truhe abzuschließen. Eine hervorragende Gelegenheit, sich mit einem Mittel einzudecken, um Vergeltung zu üben. Am vergangenen Weihnachtsfest hatten ihr nämlich ihre Mitschülerinnen einen üblen Streich gespielt. Bei der Aufführung eines Krippenspiels vor Eltern, Verwandten und Freunden hatte sie sich um die Rolle der Maria bemüht und mithilfe kleiner Intrigen auch erhalten. Sie hatte ihre goldblonden Locken glänzend gebürstet und über dem blauen Samtmantel gebreitet, eine goldene Krone auf dem Kopf getragen und behaftigt wie die Madonna ausgesehen. Allerdings hatte irgendeines der grässlichen Mädchen, vermutlich waren es sogar mehrere, ihr die Schokolade, die sie vor Beginn der Aufführung getrunken hatte, ein Brechmittel gegeben. Es war eine grauenvolle Blamage. Schnell wühlte sich Dottie durch die Dosen und Glasbehälter. Wunderbaum? Rizinusöl? Vielleicht. Oder besser noch Brechnuss. Vorsichtig öffnete sie das Gläschen und holte einige der flachen, braunen Kerne heraus. Es würde vermutlich reichen, sie wie Muskatnuss zu reiben und damit diesen blöden Hühnern zu passender Gelegenheit das Essen zu würzen. Sie kam nicht mehr dazu, denn nach Ostern brauchte sie nicht mehr in das Pensionat in Magdeburg zurückzukehren. Ihr großzügiger Onkel hatte dafür gesorgt, dass sie das letzte Jahr an einem weit vornehmeren Institut in Berlin verbringen durfte.